Heute nur ein ganz kurzer Motivationstrick und zwar ist das, Leute kauft euch was, nehmt etwas Geld in die Hand, rennt irgendein Sportgeschäft oder guckt im Netz oder wo auch immer und kauft euch was für euch selbst, das ihr dann im Gym brauchen könnt. Es ist egal, ob das neue Schuhe sind, das neue Kleidung ist, Bandagen oder irgendein Protein-Shake oder was auch immer, kauft euch was, denn ich kann euch sagen, wenn ihr was von eurem hart verdienten Geld ausgebt, dann wollt ihr das auch benutzen und seid dadurch ganz einfach wieder mehr motiviert, um ins Gym zu gehen oder um laufen zu gehen oder sonst irgendwelche Sportarten. zu machen oder was auch immer ihr wollt, einfach mein Tipp, kauft euch was für euch selbst und ihr werdet sehen, ihr wollt das denn brauchen, ihr wollt das benutzen und ja, viel Spaß mit diesem Tipp, ich hoffe, ihr kann euch helfen, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt auf Abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin raus, ciao.